So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo und nein, das ist kein Clickbait. Entweder ist das Video richtig gut gemacht worden oder es ist halt wirklich der offizielle Trailer, in Anführungszeichen, er kam noch nicht selbst raus von Epic Games. Wir gucken einfach mal kurz rein, ich lasse ihn ein, zweimal durchlaufen. Bildet euch einfach selbst eure Meinung, was passieren wird und was uns eventuell noch erwartet. Vielleicht ein Event, wir werden sehen. Also, ich lasse das Video abspielen, in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Vergesst bitte nicht, den Like da zu lassen. Dankeschön. Vergesst bitte nicht, ich lasse hin. Musik Musik Schöne Musik 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 Untertitelung. BR 2018